Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Stunt Races mit Maru, Chico, Flucke, Juli, Kuntra, Nis, 6HL Player, TauTau, Pain und Items. Hallo! 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 Wie ich's euch leidet. Kennt ihr die? Eigentlich müssten wir die auch kennen. Das ist eine von den normalen Sachen. Ich kenn sie nicht. Das haben wir nicht so oft gesehen. Bitte! Wir sind mal reingekommen. Juli! Maru, du hast was gegen mich. Du hast wirklich was gegen mich, Juli. Nein! Ich bin voll nur gefallen, ja? Wie ein fallener Engel. Verbiedend. Haha! Wirst du jetzt gelb, Pain? Ja. Alles klar. Wow! Es fährt kein weißes Auto mit, ne? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut, Tino. Wir sind ja bald drin. Wow! Ja, wenn du? Okay, das ist wirklich mit. He, he, wow! Alles gut. Wow! 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 Oh, ein Pac-Man isst uns auf! Vorsicht, Konrad! Alter, was? Ja, da war so ein Pac-Man noch. Holy shit, Flocke! Tschüss, Flocke! Tschüss, Flocke! Tschüss, Flocke! Wow! Woh! 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 Alter, ist da viel los. Aber Fahrbrand vorbei! Hallo! Tuli, Vorsicht! Oh, Items, warum bist denn du so ein komplett fehlgebildetes? Oh! Oh! Woh! 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 Ja, aber vor mir, da fährt so jemand rum! Das war in Items immer so! Woh! 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 Da wären Platz 1 und 2 gewesen und du musst unbedingt reinfahren! Wurscht der Fallschirm! Woh! 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 Wohl! Woh! 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 Das ist das blöde mit dem Hack-Spoiler. Ihr habt mich wieder auf einem Hack-Spoiler gelassen. Du bist so wie ein Frosch gesprungen. Kannst du mal versuchen zu überholen, du nervst mich. Ich werde dich jetzt einfach zerstören. Ja, mach das mal. Hier im vierten Gang fährt sich's gut. Oh Gott, Juli. Ey, Waru, nix passiert. Rechts fällt. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Achterbahn, oder was? Nein, und hier ist eine Lücke. Meine Runde. Maru, gib Gas. Nicht schubsen, Leute. Jetzt Yu-Gi-Oh! Was, Yu-Gi-Oh? Hier ist noch ein Gelber, der will auch nach vorne rum. Rauchergelb und strahlend Weiß ist vorne. Der weiße Riese. Oh, 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 das wird echt. Sorry, sorry, sorry. Ah, ja, ja. Ich kann euch gleich nicht ausweichen, ne? Also 1, 2, 3, ich glaub ich kann euch gleich aus Versehen. Da ist der Pac-Man wieder. Ich hab jetzt nichts gehört, Nils. Ah! 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 Oh, da stand einer! Danke mal! Oh nein, Leute, macht die Straße frei! Danke! Ja! Es sind alle in die Köhre geflohen. Adieu. Wer war das? War Pell? Ja, ich bin nur Pell. War Pell? War Pell? War Pell? War Pell? War Pell? War Pell? Doch, das habe ich aber auch gesehen. War Pell? Nein! Das war auf jeden Fall der Erste. Das ist nicht gut, Gewinn-Schatten. Wenn man uns so zuhört. Das war wie voll schlatschlein. Das ist ne was? Die Map ist so geil. Oh, tut dran. Boah, ich habe auf einmal einen Boost bekommen. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Meine Runde! Das darf gerne nochmal ein drittes Mal passieren. Oh, nehme ich die Kurve gut. Wir haben die alle gleich gut gemacht. Du hast nichts gewonnen. Ich fahr nach rechts. Abonniert McManus. Das geht doch schief. Ah, das ist in das Evo-Ings, der pusht niemanden. Mein Auto zieht immer nach links. Das geht schief. Das geht schief. Meins zieht auch nach links. Komischerweise. Das geht schief. Ich bin schneller als ihr. Flock ist im Endeffekt. Mal, warum sind hier so viele? Oh, schau, schau! Was ist das da da raus? Flock ist voll weg. Ich bin jetzt mit Norden. Ich fahr ja nur ganz weit hin. Nee, aber das geht gut. Ich geb nur Gas. Ich guck nicht, wo ich hinfahre. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Da geht schief. Okay. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Das Problem ist, ich geb den Windscher. Schnapp gleich auf. Auf dem Auto. Nach der Bahnfahrt, ey. Nein, das gewinnst du dich schon. Alter. Meine Runde. Oh, wow. Das ist doch kein Windscher. Knappes Ding. Das ist kein Zehntel. Ja, genau. Ich hab dich beobachtet. Ich hab schon die neue Lieferung am Start. Seid lieb, Kinder. Seid lieb. Ja, hat geklappt. Warte mal, wo ist die Katze hier schon wieder? Da ist die Katze vorne. Da muss ich mich fernhalten. Achtung, die Katze kommt. Man muss gar nicht lenken. Man wird von anderen geschoben. Oh, nein. Irgendwenn hat's das ausgehebelt. Was? Ah, das hab ich gesehen. Nein, was? Hola. 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 What's up? Ich seh die ersten fliegen. Oh Gott. Oh Gott, das will der. Oh, mein Gott. Ich find's ja schön, wenn wir intim sind, aber so, ne. Intim oder intim? Ja, genau. So ist der. Oh, das kann ich nicht. war es jetzt im team ja natürlich im team die kommen runter das kann ich nicht so rum der bremst alle macht platz jungs ihr verstopft hier alles in team werden vielleicht hilft dass ihr wolltet in den aufnahmen da rechts ist eine wand der rechts ist eine wand der motorradjams kann ich nicht ja die links war mir egal hätte man vorbeifahren können ich krieg von dir so windschatten und dann kommt das bremsteil das war so geil nein das habe ich nicht verdient kommt dich holen das hat sich voll gelohnt hallo hallo obwohl du erster warst ja ich bin auch da ja gegen gegen eure cheater jams kann ich halt nichts machen ganz viele meine farbe gekupfert was soll das abgekupfert da du immer noch weiß sein purple Manus ist heimlich so ein Genie. Ich bekomme in der Luft. Ich brauche meinen Fallschirm. Es ist mir hier zu knifflig. Kontrad, um keiner. Diese Töne in meinem Ohr. Ich bremse. Jetzt gebe ich wieder Gas. Ah, Manus hat mich rausgesetzt. Manus. Tut mir leid. Oh, er macht's allein, oder? Hey, was ist denn los hier vorne? Ich greif dich an, ich mach dich fertig. Ja, mach mal. Da steht der Manus für den Namen. Grün versucht anzugreifen. Schämt ihr euch nicht? Schämt euch, schämt euch. Wir sind auch weggeflogen. Ja, ist okay, ist okay. Was ist denn los? Alter! Was ist denn los? Jetzt verlier ich alle meine Punkte. Jetzt ist das Sandwich mit. Ich hatte noch nie Punkte. Nils hat Selbstmord begangen. Es tut mir ein bisschen leid. Wow! Tau Tau Loll! Das stimmt nicht. Tau Tau die Spaß im Krimsel. Ja! Das heißt, wir haben beide versucht, Painzler ermorden. Der ist der einzige der Weltkrieg. Aus dem Wiss! Was? Die Trend ist schon zu Ende bei euch. Es tut mir leid. War das Tau Tau? Wer war jetzt lila? Ich bin's lila. Ja! Ey, Painzler hat so ein Mehl gehabt. Äh! Ey! Ich will nur ganz normal fahren, Leute. Ich will nur ganz normal fahren. Ja, ja! Da steht irgendwer falsch in. Ja! Aber nach mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut mal an vorbei. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschau! Tschau! Tschau!